ARMY Tschüss Das ist wieder so typisch ARMY Ich werde bestimmt gleich vom Blitz getroffen Alter Ecki, er hat immer so dran vorbeigeballert Ich hab 18 Wolle An mir Bist du ein Pieper? Neee Ecki Hallo Hallo Ich schaff das heute nicht mehr Seid ihr Um auf dem Berg Bin ich jetzt über blank geraten? Aua Bin grad im dichten Wald Ecki Habt mir Essen vorbeigebracht Krass Au Und jetzt haben wir das vorbeigebracht Ich bin fast tot Essen hat sein Preis Warte ich komm Sind das meine Sachen? Ich hoffe es zumindest Sind das meine Sachen? Wie? Hier Ecki als Tausch biete ich dir das hier an Bamm Frame ins Gesicht Es waren ja nur zwei Stütze hier Nehmen wir halt das hier und das hier und das hier kannst du raten Ah Ich hab's gepötet Schick Ja ich hoffe das ist von außen Also von innen sieht es ja eher weniger schick aus Aber von außen hoffe ich das man Oh Ich hab meine Sachen gefunden Beziehungsweise von unserem Spawn aus Das ist halt bei Nacht Ach oh es ist gerade da noch Ich geh mal kurz gucken Ich komm jetzt Das ist halt ein bisschen cool Oh ich hab's nur noch mal einen Fertig Oh hallo Du musst da runter gehen Vorsicht zu mir hinterlernen Weil unser Schnitzel liegt das ich dir zugeworfen hab Hallo Oh ich hab einen Bilderrahmen bekommen Bin jetzt auf den Berg Oder das Leiden Oh Was Wo ist denn das hier noch mal Glowstone Hä Ach da Ich seh euch Mag mich nicht das Glowstone glaub ich So Habt ihr noch was zu essen für mich? Oh Gott Nicht so episch wie ich gedacht hab aber ich glaube von unten anfängt damit Ich glaub dann ist das richtig Oh Also unten ist nicht mehr so dunkel Ich hab 28 Boah, das dauert halt nicht ewig, bis du da... Ja, das Problem ist, ich hab gedacht, das strahlt so ein bisschen mehr nach außen, weißt du? Aber das liegt wahrscheinlich auch auf den Shader an. Wenn du da jetzt so einen richtig krassen Shader mit so richtig viel Licht hast, dann wird's wahrscheinlich auch besser wirken. Das kann sein. Also ich hab jetzt gerade keinen Shader drin und ich finde, das sieht gar nicht so doof aus. Kein Closed Stone. Auf jeden Fall wollte ich jetzt oben in die... in die Kuppel von dem Baum... Was denn? Creeper Party! Ja, ne? So oben an die Kuppel von dem Baum, du kennst doch bestimmt noch den Riesenbaum von Sepp Toffel. Ja. Hätte doch unten so Glocken dran. Ja. Das könnte man hier auch haben. Closed Stone! Glocken! Oh Gott. Nichts für mich. Haben wir roten Farbstoff oder so? Ja. Hab nicht genug. Du bist nicht mehr gesichert. Äh... Ich bin auch nur noch gerade so gesichert. Ich bin auch nur noch gerade so gesichert. Ja, Haaren. Haaren, 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 Haaren. Noch nicht mehr. Ja, aber ich gleich auch nicht mehr, das ist ja das Problem. Dankeschön fürs Leder. Bitte. So, jetzt muss ich einfach schlafen dich zu sterben. So. Na, welche Farbe? Ähm, ich würd' sagen rot, oder? Ah, warum weiß ich nicht. Ich hab zwei rote Farbe. Zwei rote Farbe. Zwei rote Farbe. Hm. Sind hier acht. Wow. Und ich hab ganz viele rohe Kartoffeln. Hallo. Ah, hau. Die ist ernsthaft in die Lava gefallen? Wo alt ihr mich jetzt? Helm, wir denn, ach da. Ja, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ist das mal ich ... Tragen sie bitte ihren Helm. Nee. Haben wir irgendwo eine Sandkiste? Sand? Ich kann dich die Wolle nicht einfärben. Warum nicht? Du musst das, glaube ich, in der Crafting Bench ein paar Wollereien legen und dann außenrum die Wolle. Hab ich. Es will nicht. Wo bist du? Das sollte eigentlich aber funktionieren. Ich hab mich verlaufen. Ich glaube, ich auch fast. Nee, ich bin auch in einem falschen Haus hochgegangen. Caro, wo bist du? Hier in der Mitte. Es gibt doch mal Ruhe hier. Okay, man sagt was gut. Du haust mich die ganze Zeit. Ich esse hier nur, ja? Du musst, wenn du Wolle einfärben willst, in die Mitte rot, oder? Ja. Hatte ich. Und außenrum Wolle. Hatte ich. Dann daneben. Hatte ich nicht. Ich hab meine, mein Farbstoff nicht mehr. Eki hat die. Nicht mehr, das ist mir. Das klappt aber tatsächlich nicht. Eki den jetzt hat. Ja, das hat er mir gerade zugeworfen. Habe ich nicht. Man muss eine Wolle daneben legen, dann färbt's. Hä, wo ist man? Habe. Gut. Was wollte ich denn jetzt machen, Eki? Ich kann nicht craften hier eine crafty. Du wolltest, äh, Hä, wie daneben liegen. Ja, genau, so sitze ich auch da. Links und rechts Farbstoff. Ja. Ich hab Glowstone, was soll ich machen? Ach, ich wollte Leitern machen, stimmt. Okay. Ja. Ich wollte Leitern machen. Danke, Eki. Aber du bist weißer Wolle. Willi? Ja. Ich hab Glowstone. Wolle ich dir Wolle geben und Farbe? Wie viel Glowstone? 15 Stück. Ja. Wo hast du den her? Aus, äh, ge-dingst. Aus, ähm, dingst, aus dem Netter. Sicher? Ja. Was war das dann eben mit dem Wort cheaten? Ich wollte mich teleportieren, weil ich nicht verlaufen hab. Ausnahmsweise, gib her, danke. Soll ich dir das ein Pferd mitmachen? Nice. Was soll ich jetzt tun? Du kannst gerne mitkommen. Okay. Ähm, du kannst dich auch selber einfernen, also. Ja, ich hab drei rote Wolle und das ist weiß und schwarz. Hallo. Hallo, Papa. Da war's. Dann, am besten, haben wir jetzt alles? Nee, das haben wir noch nicht. Wälder braucht man noch. Wie macht man die nochmal? Das freut mich gerade auch. Also, Rahmen war mit Leder und mit Dürfen gefehlt. War das mit Wolle in der Mitte und außenrum um Stäbe? Das könnte sogar sein. Ja, ne? Ich mein auch. Ähm. Also, pass auf, Amelie. Wir haben hier... Jetzt ist mein Name. Wir haben hier... Äh, was? Warum regnet das nur an der Stelle noch? Hä? Hast du noch Leder? Ari. Denny? Das regnet die Kiste. Das habe ich in die Kiste getan. Das ist die Erfaltung. Das ist richtig lustig. Okay, pass auf. Ja, gemälde ist mit Wolle. Ähm. Yay. Ähm. Und zwar haben wir hier ganz viele verschiedene Stockwerke. Ja. Die alle gleich aufgebaut sind. Ja. Und das brauchen wir jetzt noch nach unten. Äh, oben in der Kiste mit, hier, Leder, Knochen. Ach, hast du schon was genommen? Also, im Grunde sind die immer genau gleich aufgebaut. Das macht nichts. Was soll ich jetzt nach unten machen? Oh. Einmal nach oben. Hilfe. Äh, ja, quasi. Also, es kommt halt... Es ist halt wichtig, dass du hier immer die gleichen Abstände hast. Beispielsweise zwischen den Stockwerken. Das sind immer fünf Blöcke. Also, fünf Blöcke und dann kommt wieder das nächste Stockwerk. Kannst du hier abzählen, einfach. Also, eins, zwei... Hier, bei der Leiter sind immer fünf Blöcke. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. I know. Okay. Und dann kommen wieder drei Blöcke Höhe Raum. Und dann kommen wieder fünf Blöcke. Nichts. Okay. Easy, oder? Ja, ich hab keine Angst. Hier, warte, ich werf dir eine ganz nach unten. Vielleicht sollten wir erst die Tische und Stühle setzen. Oh. Okay. Eins, zwei, drei, vier, vier. Aber dann wissen wir, wo es hin muss. Ähm, jetzt komm ich nicht mehr hoch. Ich hab mir nur gedacht, der Teppich findet sich so in zwei Rann, so durch das Restaurant zu. Ja. Ah, okay. Da ist mein Teppich falsch platziert. So. Warte mal. Stopp. Am besten gehst du dir einfach Leitern craften. Wie wär's mit der Idee? Nein. Gut oder nicht so gut? Nicht gut. So. Wieso nicht? Weil, äh, keine Ahnung. Oh Gott! Hilfe. Stopp. Ich bin in den Vorrat. Weiße Teppichauflage auf den Tisch, stopp. Ein. Nee, stopp. Eee. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Können wir es am besten... Okay, ich verstehe, glaub ich. Aber nicht, 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 also vielleicht baue ich falsch, aber ich glaub nicht. Obwohl, drei ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Zwei. Und zwei. Ist ja richtig. Hallo? Dann quasi hier zwei. Ein. Ein, zwei. Und zwei. Achtzehn. Ach, neun. Gut. Zehn. Und hier kann man irgendwie noch... Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich kann mir das jetzt mal angucken. Dann ziehen wir hier an den Kopf. Also sag ich jetzt mal hier und da und da. Warten. Dann tepp ich drauf. Dann tepp ich drauf. Oh Mann, bin ich dumm. Eins, zwei, drei, vier. Fichte oder Eiche für die Tische? Das heißt quasi musst du auf... ...die Höhe. Ja. Okay. Und von da aus anfangen. Aber die Höhe stimmt jetzt an sich, glaub ich. Drei hoch. Aber jetzt ist Amelie verwirrt. Da war ein Lieder. Das war vielleicht der Plan. Drei, vier, fünf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Drei, vier, vier. Oh, das geht hier aber nicht weiter. Das geht nicht auf. Warum geht das nicht? Weil da plötzlich nichts mehr ist. Aber hundertprozentig ist da noch was. Nein, das siehst du doch. Schau, komm, komm zu mir. Bist du runtergefallen? Nein, bin ich nicht. Sonst wäre ich jetzt tot. Was ist ja Problem. Ja, weil das nicht aufgeht. Ja, nicht schlimm, nicht schlimm. Einfach nach außen machen. Da kommt dann die, an die Seite kommen ja Fenster. Tischplatte, würde ich sagen. Ja, aber das fehlt nicht, aber dann... Ja. Aber da fehlt ja ein Block. Ja, dann baust du den halt dahin. Hier habe ich auch überall Blöcke angebaut, dass das genauso aussieht. Oh, fuck, das ist nicht. Wir sind hier in Minecraft. Da kann man ja nicht nur Sachen abbauen, sondern auch Sachen hinbauen. Das mag neu für dich sein, aber... Ja, das ist sehr neu für mich. Ups. Drei, vier, fünf. Woo. Mist. Oh Gott. Auch wieder dann weise Tischauflage? Ja. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Achtzehn. Fünf. Einundzwanzig. Nee, das geht nicht. Okay. Wollt ihr jetzt euch die Fackel wegmachen? Ja. Okay, das hier passt. Sechs. Oh, das geht gerade so auf. Hallo, das habe ich ja auch exakt so ausgerechnet. Ja, 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 das sagen Sie auch noch. Ernie? Hast du doch ein Eichen zu? Ja. Dann muss man halt so... Ah, ich verstehe, glaube ich. Maybe, aber auch nicht. So, ich muss noch ein Eichen machen. Warte mal, warte mal, stopp, 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 stopp. Was ist das jetzt? Oh, nee, da muss ich das ja... Oh, nee. Ja, doch. Hast du gerade zufällig ein bisschen Platz im Inventar? Weil irgendwie ist mein Inventar ziemlich voll. So. So. Ami, liebst du noch? Gut. Keine Müdigkeit vorschützen, bitte, ja? Oh Gott, Hilfe. Gut. Hilfe. Jenny? Ja. Willst du mir das so lassen, oder denkst du dir eher ne? So. Lol. Also, ich denke eher ne. Ne, ist gut. Achso. Okay. Ja, sag ich auch mal. Sieht super aus. Zwei. Sieht auch von hier aus wirklich klasse aus, Leute. Das machen wir in der App. Richtig gute Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, eventuell noch nicht. Haben die mich gemutet? Mit Pärchenchen. Kommt rein. Du bist ja klein, ne? Ja. Da wird man einmal in seinem Leben nerven. Und dann... Ja, weiß. Apropos nerven. Komm, ich kann ja mal gucken gehen, was die da so machen. Puh. Boogie. Laleeloo, nur die Jenny macht. Jenny, kann ich einen Eichenzahn? Die so ein Pettig machen kann? Nee, das ist ein Kack. Ecky! Ja, ja? Wo bist du denn? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle sammeln. Ja. Weißt du, überall, bei jedem Spiel, also bei jedem Minecraft-Spiel, was man bestartet, hat man Kohlenüberschuss. Nur hier nicht. Ja, wir könnten theoretisch das ganze Holz zu Holzkohle verbrennen. Holzkohle hält sogar eins länger als normale Kohle. Das ist natürlich eine Idee. Weil Holz haben wir ja, ne? Bisschen. Ja. Du bist schon wieder so ein schlauer Bub, du. Ja, ne? Boah. Kann man ja quasi... Was hast du dir für einen schlauen Ausgesucht, Caro? Ja, ich weiß auch nicht. Der Wahnsinn. Rocky, meinst du, das ist so gut? Ich bin nur ein Deko-Element. Das ist das beste Deko-Element. Hallo! Hallo! Was haben wir denn hier? Okay! Ah, alles klar. Entschreiendes Gott. Also, Moment mal. Bevor wir jetzt hier Made by Isa Haydota hinschreiben, können wir uns auch einfach lustige Namen hierfür überlegen. Macht bitte jetzt gerade keiner Slash Spawn, weil da habt ihr Gäste. Slash Spawn. Ich komme auch nicht. Ne? Ich bin das Glamm-Tieren-Pferde. Das hat der echt schön gemacht hier. Oh Gott, Hilfe. Danke. Caro, willst du eine Eisenspitzhacke? Genau. Sollen wir hier noch einen Einzeltisch hinsetzen? Wo denn? Na hier. Hier.